Dass ein Buch namens Das Jesus Video so gläubig und gleichzeitig absolut nicht gläubig sein kann, hätte ich nicht gedacht. Und damit viel Spaß mit meiner Buchvorstellung zu Das Jesus Video von Andreas Eschbach. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim, ich lade auf diesem Kanal Buchvorstellungen hoch, wie man sich denken kann, aber auch eigene Kurzgeschichten in Hörbuchfassung. Wenn dich das also interessiert, dann klick doch gern auf Abonnieren. Ja, ich nenne dieses Video, was ihr hier gerade seht, offiziell das Jesus Video Video. Denn hier geht es um das Jesus Video Buch. Gut, in diesem Buch geht es um eine Ausgrabungsstätte in Israel, bei der ein 2000 Jahre altes Grab geöffnet wurde. Man hat auch festgestellt, das wurde ganz sicher seit 2000 Jahren nicht geöffnet. Und irgendwie ist in diesem Grab neben einem Skelett von einem toten Menschen auch noch eine Anleitung für eine Videokamera. Und noch dazu eine Videokamera, die erst in wenigen Jahren auf den Markt kommen soll. Man fragt sich also, wie kommt diese Anleitung da rein? Kann es sein, dass dieser Mensch in diesem Grab ein Zeitreisender ist, der in ein paar Jahren in die Vergangenheit reisen wird, in die Zeit von Jesus Christus, dort ein Video von Jesus macht und dann dort selber stirbt? Und wenn ja, wenn das so war, wo ist dann die Kamera mit dem Video? Und da beginnt natürlich eine sensationelle Jagd um dieses Video. Alle wollen dieses Video finden. Und das Geniale hier ist, nicht nur gläubige Menschen wollen dieses Video finden. Im Gegenteil, sogar viel mehr eigentlich die nichtgläubigen Menschen. Denn die wittern die Chance damit, die Kirche zu erpressen, indem sie sagen, Ey, vielleicht sieht man ja auf diesem Video, dass Jesus genauso war, wie ihr sagt. Aber vielleicht sieht man ja auch, dass Jesus absolut nicht so war, wie ihr sagt. Vielleicht war er ja ein stinknormaler Mensch. Das könnte ja mit diesem Video bewiesen werden. Ja, und sehr schnell stellt man sich natürlich in diesem Buch auch die Frage, ist das jetzt übernatürlich oder nicht? Keine Sorge, ich werde euch das nicht spoilern. Aber diese Frage ist natürlich am Anfang gerade allgegenwärtig. Denn man wird hier so eingeführt in diese Welt, wo man erstmal denkt, das ist quasi unsere Welt. Es ist jetzt nicht wie bei Harry Potter, wo alle einfach akzeptieren, Übernatürlichkeit gibt es. Erstmal sagen natürlich alle, das kann doch nicht sein. Dass hier eine Zeitreise ist, das kann ja nicht sein. Das ist ja wissenschaftlich irgendwie nicht so wirklich möglich. Aber doch wird es irgendwie ein bisschen versucht, wissenschaftlich zu erklären. Es werden Wissenschaftler und andere Menschen irgendwie hinzugezogen. Könnte das irgendwie funktionieren? Und das ist am Anfang für mich ein bisschen schwierig gewesen, weil halt doch immer wieder diese Zeitparadoxen, Paradoxen, Paradoxie, wie auch immer auftreten. Ich sag nur Großvater, Paradoxon, was ist, wenn ich in der Vergangenheit etwas verändere? Und dann gibt es mich gar nicht oder ich habe gar keinen Anlass mehr, überhaupt in der Zeit zu reisen. So allerhand solches Zeug, wo man sich denkt so, hört doch auf darüber nachzudenken, das ist nun mal nicht möglich so. Zu den Charakteren, ja, sie sind jetzt nicht super platt. Sie sind aber auch nicht das Highlight, wie jetzt bei Stephen King oder whatever. Aber das müssen sie auch nicht. Sie haben ihre Facetten, jeder hat so seine Eigenschaften. Das taugt mir und das reicht. Und sie sind nicht das, warum man das Buch liest. Die Gründe, warum man das Buch liest, ist zum Beispiel, weil unglaublich gut damit einem Mythos gespielt wird. Ein Mythos über Jesus Christus, der nun mal existent ist. Also egal, ob du gläubig bist oder nicht, diesen Mythos, diese Legende gibt es. Und es wird super gut mit der Fantasie, aber auch mit der Sensationsgier von Menschen und von der lesenden Person gespielt. Was auch interessant ist, Glaube oder Nichtglaube, das ist hier überhaupt keine Frage. Denn dieses Buch ist absolut nicht belehrend. Man liest dieses Buch nicht vordergründig, deswegen, weil man jetzt die Frage klären will, gab es einen Mann namens Jesus, beziehungsweise wer war dieser Mann oder gibt es Gott oder was auch immer. Das ist weder am Anfang noch zwischendurch noch am Ende so. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und das Ende hat mich einfach umgehauen. Das hat einen so genialen Abschluss für diese krasse Jagd nach so einem Video gestellt. Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, wie wird das jetzt wohl ausgehen? Gibt es so ein Jesus-Video oder gibt es das nicht? Und am Ende ist es so einfach, auf irgendeine Weise ist es gleichzeitig offen und irgendwie doch geschlossen. Und so auf so eine ganz subtile Weise, wie ich finde, stellt das Ende so eine These auf, die super genial ist. Weil sie ist auf irgendeine Weise, glaube ich, für alle Menschen akzeptabel. Sowohl für Menschen, die auf jeden Fall gläubig sind, als auch für Menschen, die sich wie ich zum Beispiel absolut nicht sicher sind. Aber auch für Menschen, die sich hundertprozentig sicher sind, dass sie nicht gläubig sind. Und das ist doch irgendwie krass. Abschließend kann ich also sagen, ich glaube, dass das Buch für jeden was ist. Sowohl für Gläubige, als auch für Unentschlossene wie mich zum Beispiel. Als auch für Menschen, die sich sicher sind, dass sie nicht glauben. Denn in diesem Buch geht es, wie gesagt, nicht um die Frage, was ist Glaube oder gibt es einen Gott? Zumindest geht es da nicht vordergründig drum. Sondern vielmehr zum Beispiel um die Frage, wen würde denn so ein Jesus-Video begeistern? Sind das überhaupt die gläubigen Menschen oder würde es nicht die Ungläubigen vielmehr begeistern?